Ich glaube, ich werde dir beschissen. Walu ist mächtig, mächtig. Oh, das wäre schon wild. Das ist schon eine wild roll. Okay, Knecht, gut zu wissen. Moment. Guckt man da nicht dran von da? Und der ist ein Meter weggestellt? Haben die das einen Meter zurückgestellt? Okay, wir haben einen Camouflageur. Ein Camouflageur, der geht mir auf den Keks. Wise Class. Donut Juli nennt man sie auch. In Fachkreisen. Das war instant. Nee. Das waren sechs Sekunden. Juli sechs Sekunden oder wirkliche sechs Sekunden? Das ist sechs Sekunden her. Ja. Also ich weiß, dass Baloui da eben reingelaufen ist. Und zwar liegt die Leiche in Vault. Und ich habe am Download gestanden. Und derjenige muss eigentlich, wenn es sechs Sekunden her ist, rausgewendet sein. Ich bin im Meeting Room da hochgegangen und da du kannst bestätigen. Baloui, du bist da eben reingelaufen, nachdem du den Knopf gemacht hast. Wo bist du danach hingegangen? Richtig, und unten links zum Download bin ich gegangen. Da stehe ich auch noch dran. Du bist nach links in Vault gelaufen? Ja, und dann nach unten links. Da in dem Vault. Hast du da jemanden noch gesehen? Nein. Ich bin ja ganz links in der Ecke da unten und mache den Download. Aber der muss zwischen uns gewesen sein, Baloui, der Mörder. Wenn das du nicht bist, dann bist du es. Moment. Vielleicht war es Baloui. Es muss, äh, vielleicht war es Baloui. Also wo genau liegt die Leiche im Raum? Die liegt bei den Klamotten. Okay, und Baloui kam von rechts und ist dann nach unten links gegangen. Von wo kamst du? Ich habe, äh, am Knopf wollte ich eigentlich drücken. Da waren aber Julie und Baloui schon dran. Und dann habe ich den Download gemacht, der links neben der Tür ist. Okay, ja. Und dann bin ich rein und wollte da noch meinen Rubin. Und dann ist da... Das ist echt hart, weil da ist nämlich niemand rausgekommen aus dem Raum. Ich stehe ja auch noch da unten. Sag nicht doch. Mhm. Jemand ist ganz gespürt. Wir waren denn noch da oben. Wir haben ein Wort nicht auf Baloui geflogen. Und du warst doch... Äh, ich hab, äh, links den Code eingegeben. Mit Baloui? Weiß ich nicht mehr, aber ich bin dann... Natürlich mit mir und kann man aber noch jemand. Wer war noch da? Ich bin mit Dalu hoch und er ist dann wieder runtergegangen. Ich bin halt kurz einmal rübergefahren, aber schon mal. Ich bin halt gleich wieder rüberzogen. Du bist runtergegangen, Dalu? Hast du da noch jemanden gesehen? Nee, ich stehe die ganze Zeit unten an der Leiter und habe gewartet, bis Juli wieder runterkommt. Und deswegen weiß ich halt, ob das da niemand hergelaufen sein kann. Baloui und Gippie. Wenn keiner gewendet ist, seid ihr beide natürlich die Hauptfahrt. Nein. Du auch. Du auch. Keiner hat dich an der Treppe gesehen. Du hättest mich ja gesehen, wenn ich in den Bord gegangen wäre. Gedownload. Also von der Story her ist Baloui der Verdächtigste, weil Baloui, also Gippie auch, aber Baloui hätte wen rauswenden sehen müssen. Ähm, die Alternative, wie Gippie es sein kann, ist Gippie ist reingerannt, hat den gekillt und hat dann erst gesehen, dass Baloui da unten noch rumlungert. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, Baloui, schade. Gibt schlecht für mich auch hier aus. Ja, das stimmt. Was ist denn dann gefunden worden? Ja, also in der kleinen Privatdusche war der. Der ist schon länger tot. So lange kann das noch nicht sein. Also erstmal, ich würde nicht mein Alibi töten, davon mal abgesehen. Welches Alibi? Warum kann es nicht so lange sein? Weil ich und Gippen haben zusammen Handtücher eingesammelt, dann sind wir beide hochgezogen. So ein Wäschekorb, haben unsere Wäsche da reingeworfen. Wie heißt das denn, wenn es nicht Alibi heißt, wie heißt das denn? Ich bin einmal außenrum, rechts so gesehen, durch Storaged runter nach Medic, hab da auf die Lifelines geguckt und da war der Tod. Also wir haben zwei Kills und das war zweimal Camo an. Ich nehme an, dass der Killer der Camouflage ist. Weil warum sollte man Camo an machen und nicht killen? Das heißt, wir wissen nicht, was der andere ist. Das heißt, Badgasser, Eraser, Cleaner vielleicht. Die Leichen werden halt gefunden. In die Richtung. Vampir und so hätte auch schon gedrückt. Es gab ja schon eine Situation, wo jemand fast schon mehr oder weniger herausgepasst hat, welche Rolle er hat. Also Badgasser würde ich sogar fast ausschließen. Naja, nicht jeder Badgasser geht absolut heim. Das macht ja am Anfang noch nicht so viel. Also erst, wenn man sich ja wirklich sicher ist, macht man das eigentlich. Also ich bin übrigens Leiter. Achso, ja. Das ist jetzt aber mein Schlaf. Ich bin Detective. Ich bin feine Katze. Wo liegt die Leiche jetzt? Warte mal, in Camo? Privatdusche. Achso, nee. Oh, okay. Ich dachte gerade irgendwas Lifelines-Cabo. Nee, dann wäre man meint. Dann kann ich eigentlich Julie, glaube ich, ausschließen, weil Julie und ich waren bei Camo links unten. Ich bin Julie dahinter hergegangen, weil ich es nicht wusste. Im Moment von Julie kamst du durch den Waffenraum? Ja. Dann bin ich dir entgegengelaufen, als Camo an war. Das kann gut sein. Und dann war ich kurz Viewing Deck und dann bin ich jetzt wieder hoch in Armory. Hast du Angst gehabt vor mir, Julie? Nein, niemals könnte ich vor dir Angst haben. Warum bist du dann in der Vault einfach rein, hast dein Knoblauch hingeschmissen und bist wieder rausgerannt? Weil ich den noch loswerden wollte und dachte, komm mal, ich bin an der Stelle. Aber dann dropp den doch bitte in der Küche, da riecht es doch sowieso. Hanoi, dass überall nach Knoblauch riecht. Was? Warum geht ihr auf Besuch? Ja, da würde ich jetzt auch mal ganz gut gehen. Also nach der ersten Runde? Ja. Ich bin nicht mehr viel übrig. Ich weiß immer noch nicht das Wort, was ist denn nicht, wenn Ali, der zweite, der andere für ich, keine Ahnung, war das nett. Also wir haben einen Camouflager und noch was. Einen Eraser hat noch keiner gemeldet, weil wenn irgendwer erased worden wäre, hätte er das ja einfach gesagt. Warum auch nicht? Weil wir haben ja einen Camouflager. Das heißt Camouflager und Eraser würde Bad Gesser ausschließen. Ähm, das heißt, die beiden haben wir nicht. Ähm, was gibt es denn noch, was erstmal auf Anhieb nicht auffällt? Wir haben keinen Bad Gesser, wir haben keinen Bad Mini. Morphling könnte sein. Morphling braucht auch ein bisschen. Und natürlich Vampir und Warlock. Was passiert hier? Maxi hat da safe gewartet, aber liegt da einer? Es ist da wer tot. Geh da hin. Zumindest keiner tot hier. Aber Vampir und Warlock hätte wahrscheinlich auch schon gekillt, oder? Wer wird sich denn... Also der Camo ist Githam. Der Camo... Das ist nicht Baloui. Der Camouflager ist nicht Baloui. Passt nicht zum Spielstil. Wenn Baloui Imposter ist, killt der nicht. Ist hier wer... Hm. Oh. Die ist tot. Und wo? Die liebe Devi, die liegt unten auf dem WLAN-Empfangsteil auf der linken Seite. wie auch immer das heißt. Ablob. Nee, keine Ahnung. Ewing Deck. Glaubst du, sie ist bei Camo gestorben? Nee, ist sie nicht. Ist schon, glaube ich, ein bisschen länger. Dalo, hast du da noch jemanden gesehen? Wir haben uns in der Küche gekostet. Ja, Maxi hat da gewartet. Der stand da so, als wenn er auf ihm lauern würde und ist mir dann hinterher gelaufen. Korrekt. Auf der Mauer, auf der Lauf. Warum hast du gelauert? Also, warum hast du dich nicht bewegt? In der Küche. Du standest da um die Ecke rum. Nee, da bin ich einfach quer durchgelaufen, tatsächlich. Also, da habe ich nicht gestanden. Aber wir haben doch keinen Warlock, oder? Warlock hätte man schon längst gehört. Ich habe den nicht getötet. Ich habe den nicht getötet. Ist das vielleicht ein Eraser? Nee. Nee, Eraser hätten wir, glaube ich, schon gecallt. Ein Cleaner wird es nicht sein, weil sie sonst zusammen rumgelaufen wären. Ich gehe mal noch von Bad Gesser aus. Bad Gesser bleibt über Morphling und vielleicht ein Warlock, der sich nicht traut. Oder hier der Hitman. Den haben wir ja auch an, glaube ich. Hitman. Was treibt Knechti eigentlich so? Er redet nicht mit uns. Gar nichts. Franzi, war Divi nicht mit dir den Knopf ausmachen? Nee, ich war mit Knechti rechts. Da Knechti war das, okay. Ja, ja, rechts. Genau, das hatte ich von oben gesehen und bin dann wieder am Außenrum. Ich war alleine links am Knopf, auf jeden Fall. Bin aber von rechts nach links rüber gefahren. Das kann ich auch noch gesehen, ja. Wo bist du danach hingegangen? Warst du danach, sind die Türen zugegangen, Baluji? Nee, das waren schon zu. Da war Kamouflage nämlich an, dann habe ich die unten aufgemacht, die Tür, und dann habe ich nur jemanden Kamouflage im Wall drin sehen. Das war's nicht. Es sind mir zwei Leute dann im Kamouflage entgegengekommen. Okay, das ist unsere letzte Chance. Aber im Kamouflage habe ich halt keinen gesehen. Jemanden kicken, Alter. Das Item stand so komisch in Walls und zwar so, als wäre er von links vom Band runter zum Download gelaufen, so in die Richtung. Nee, ich bin wirklich über Brick gekommen, aber ich war verwirrt, weil der Download dort an einer anderen Stelle steht, als ich gewohnt bin. Hä? Okay, dann habe ich doch recht. Also ich war gemutet jetzt, aber das ist mir auch aufgefallen. Die haben den Download umgestellt. Okay, also Maxi könnte Arsonist sein und oder... Killer wird er nicht sein, weil zu dem Zeitpunkt wurde nicht gekillt. Oder Jester. Das würde die Sabotagen erklären, warum so wenig Licht kommt und so auf Crashkurs, aber ohne Kill. Oh, wenn Maxi Jester ist. Was hat er gerade gesagt? Hast du gerade die Tür zugemacht? Nee, Maxi hat gesagt, der hat die aufgemacht. Eine ist runter. Zwei sind runter. Das hier oben ist nicht. Ich würde es mal riskieren. Ich würde es mal riskieren. Okay. Oh, nicht. Die ist tot. Okay, wir haben einen Toten. Wo liegt der? Ich weiß nicht, ich habe Button gedrückt. Korrekt. Ich war gerade noch kurz an Camps und aus irgendeinem Grund lief Baloui schon wieder im Vault rum. Ja, ich war dann noch nicht, ich habe zwar den Upload gemacht, aber ich war noch nicht fertig im Vault. weil ich so ein Alarm war und ich dann jetzt erst mal auf der rechten Seite die Sachen gemacht habe. Also ich denke, es ist Baloui oder Maxi, nicht beide. Wie kommst du auf Baloui? Erstmal jetzt hier, weil beide gegeneinander sprechen, nur deswegen. Und bei Maxi denke ich, weil er so komisch ermittelt. Franzi, du warst mit Items oben, richtig? Ich weiß nicht, das Kamo ging an. War Items zuerst runtergegangen? Ja. Also ich weiß, dass mir jemand im Kamo entgegengekommen ist oben. Ja, das war ich. Also Dalu kam die Treppe runter, ich bin hochgegangen, dann ging Kamo an, du bist unten am Tisch langgelaufen und ich oben. Also, wo bist du nach ihm gelaufen? Über Küche, also ich bin nach unten Brick, bin über Engine Room, bin über Küche und bin gerade auf dem Weg zu Security gewesen, beziehungsweise mache unten Security rechts meinen Upload gerade. Okay, 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 wolltest du nur wissen. Warum gibt es einen Button? Weil wir gerade nur noch sieben waren und Camouflage wieder an war. Camouflage ist bis dato die einzige Konstante gewesen, immer wenn einer stirbt. Immer wenn Camouflage an ist, ist wer tot. Okay, wir müssen jetzt mal einen raushauen. Ich würde auch noch Baloui nehmen. Aber vielleicht sind es dann Dalu und Franzi. Ich bin da sehr schlecht, mich zu verteidigen, aber ich würde es an anderer Stelle nicht tun. Okay, pass auf, am Anfang waren es Gippi oder Baloui, danach ist Gippi gestorben. Ich sage immer noch, ich habe da keinen gesehen, ich habe den Upload gemacht. Ein Download in dem Raum übrigens. Ist egal, Upload, Download, für mich dasselbe. Hier sind unterschiedliche Dinge. Franzi, wer ist es für dich? Ja, aber in meinem Kopf nichts, tut mir leid. Items, wer ist es für dich? Ja, Baloui, hallo, das wird ja nicht bei mir in Frage gestellt. Aber da sieht das Trotzdemwer an. Franzi Erfolg. Franzi, bist du Mayor? Ja. Das heißt, nee, das heißt eigentlich, dass es richtig ist, oder? Franzi ist Mayor. Maxi ist, glaube ich, der Neutral. Wir haben ja auf jeden Fall einen Neutral-Killer. Wir hatten keinen Jackal bis dato. Es hat sich noch niemand irgendwie beschwert, oder? Also, ist natürlich noch möglich. Ist doch noch keiner komisch gestorben. Es ist doch noch alles an. Und das, er ist Jester. Maxi ist Jester. Es ist schon wieder Lights Out am Anfang. Obwohl, es könnte... Nee, Judy macht das nicht mehr. Und wir haben von Lights Out auf Dingens gewechselt. Ähm, Maxi ist Jester. Das jetzt... Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das hier zu komisch vor. Das fühle mich auch sehr komisch. Das war zu clean mit Baloui. Ja. Es hat aber theoretisch von den Votes her gepasst. Noch gar nicht kriegen. Zwei Leute haben anders gewodet. Zwei Haters. Zwei andere Leute haben ein Vote bekommen. Scheiße. Will denn jemand sagen, der Baloui nicht gewodet hat? Franzi, wen hast du vorhin gewodet? Wie vorhin? Wollen wir sagen, es war eine Stimme... War eine Stimme auf Franzi? Franzi? Franzi ist safe, weil sie hat... Ja, aber es war eine Stimme auf Franzi, oder? Also ich habe Baloui gevotet. Aber da habe ich auch gesagt, was ich Balouis hast finde, wegen der ersten Runde. Das ist richtig. Das ist richtig auch. Der war halt schon wieder in der Vote. Davor habe ich immer geskippt. Ich habe Baloui seit dem zweiten Meeting beide Runden dann gewodet. Im ersten habe ich es gesagt, habe es aber nicht getan. Da war eine andere Schlawiner Sau auf Baloui drauf. Items, wer ist es jetzt noch für dich? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Für mich ist es Julie oder Items. Ja, ich muss auch sagen, dass ich bei Julie mitgehe. Weil Julie hier so umfragt, wer ist der Wind, wenn die Boat. Auch hat sie die ersten paar Runden bei Baloui halt so, ne? Ich habe eine gute Klasse, die mir einige Insights gibt. Das ist eine Wise Class, sagst du? Für mich ist es irgendwie Maxi. Oh, nee. Nee, 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 nee. Julie, lass mich raten. Du bist Seher. Du hast es im ersten Meeting gecallt. Nein. Nein, ich war zufällig dort unten. An der Leiche? Was? Nein, Leiche heiß. Nein, du warst doch oben am Button. Nee, nee, nee. Später habe ich doch gezählt. Ich glaube, ich werde dir beschissen. Ich habe jetzt auch gerade gehalten. Ich bin ehrlich gesagt auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Julie Seher ist seit er erst tot. Wer ist das jetzt? Wir müssen jemanden rauswucken. Ja, dann müssen wir nicht. Nein, müssen wir nicht. Na klar, wir werden gefressen. Was? Ich habe es gegeben. Ich habe es mir relativ sicher. Julie, was war denn eigentlich in den Donuts drin, haben doch noch zwei Mörder drin? Franzi hat geskippt. Ich habe geskippt. Und ihr wolltet sie nicht voten. Okay, mit Maxi bin ich... Ich dachte, Julie ist Seher... Also ich dachte wirklich, Julie ist Seher... Wegen... Sie ist doch am Anfang an mir vorbeigeklettert und hat gesagt, sechs Sekunden, wo ich gesagt habe, das war ein Incense Report. Ich dachte, sie hat anhand dessen gesehen, dass sie... Oder war das gar nicht Julie? Ist schon so lange her. Ich dachte, sie ist am Anfang an mir vorbeigeklettert am Button. Doch das war Julie. 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 Julie will immer noch bluffen, falls wir einen Bad Guesser haben. Der Einzige, der weiß, dass wir keinen Bad Guesser haben, bin ja ich. Ja, Franzi hat noch einen Button, aber ich glaube, das weiß sie nicht. Das Luftschiff ist hier. Items Counts entgegen. Ah shit, das verlieren wir. Wenn ich die Leiche nicht finde, habe ich den Kill live an Lifeline gesehen. Er ist ungefähr sieben, acht Sekunden tot. Wo ist die Leiche? Cargo Bay. Okay, dann war das wirklich Ding. Maxi, wo kamst du gerade her? Rein theoretisch vom Gap Room tatsächlich, weil ich gucken wollte, ob da jemand getötet worden ist. Davor bin ich noch an Julie vorbeigelaufen, die lebend in den Toiletten stand. Da stand Lunatic auch schon an den Lifeline. Wenn ich jetzt all in gehe und Maxi als Jester kohol. aus dem Badezimmer. Nein, Dalu kam unten links aus dem Badezimmer. Ich war unten rechts. Hä? Er kam gerade nicht von rechts? Ich war unten rechts zu 100%. Items kamen im Badezimmer unten rechts aus dem Wend, nachdem er Dinge sind. Aber ich meine gerade, dass Maxi oben in den Records Room von oben rechts in den Gegend gekommen ist. Ich mache jetzt was Wildes. Okay, ja. Und wenn ich nicht mehr reden kann, dann Items. Okay. Juhu! Und jetzt trotzdem Items. Maxi Magester. Er hat nämlich am Anfang wahrscheinlich immer sabotiert. Das war auch der Grund, warum er in der Küche gelauert hat. Ich bin Good Gesser. Warte, warte, warte. Nein, dann bist du der Evil Gesser. Der Camouflager ist tot. Wir haben die ganze Zeit gesagt, es gibt noch einen. Alle haben ihre Rollen gesagt. Franzi ist mehr. Schon seit 18 Runden. Ja. Aber das ist doch jetzt aufs Endgame kommt an. Und das Endgame ist so, dass du gerade sagst, ich soll rausgeschmissen werden, obwohl ich einen weißen Namen habe. Und du davor sogar noch deine Rolle gecallt hast. Aber was soll denn Items, hast du nicht gerade mir ein Alibi gegeben, als du gesagt hast, ich kam links aus dem Badezimmer? Du kamst auch links aus dem Badezimmer. Ja, eben. Dankeschön. Bitte lass mich jetzt nicht auf dem Badezimmer. Nein, alles gut. Doch, wurdest. Komplett nach Strich und Faden. Was warst du denn? Ich war der Camouflage. Oh, du hast ihn nicht angemacht. Ich hatte wirklich Glück. Du hast so Glück gehabt. Eine Sekunde. Ich weiß nicht wirklich, was du gesehen hast. Ich bin einfach durch die Küche durchgelaufen. Ja, bei mir standest du so rechts um die Ecke. Aber gewundert hat es mich am meisten, dass jedes Mal als die Runde anging, ging Licht aus. So, immer, einmal als die Runde gestartet ist, hat irgendwer sabotiert. Es gibt es jetzt nicht auf dem Deinklason. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020